Welcome to the Tradefair booth of Apfel. Welcome up to Stan van Apfel. Ich begrüße Sie hier auf der diesjährigen Bleche Expo 2015. Auf unseren Ständen zeigen wir das Thema Lagerturm, Schweißarbeitsplätze und unsere gewohnten Apotheker-Schränke. Unser Lagerturm ist ein automatisches Hochlager in modularer Bauweise. Wir können den an Ihre Raumhöhe anpassen in 500 mm Schritten und so auf sehr geringer Stellfläche für Sie den maximalen Lagerraum erschaffen. Das Prinzip funktioniert so, dass wir an der Gerätefrontseite über der Ausgabe einen Lagerschacht haben, in der Mitte einen Aufzugsschacht, wo der Extraktor oder der Lift fährt und an der Geräterückseite einen Lagerschacht. Und dort erfolgt die Lagerung über Tablare. Unser Schweißarbeitsplatz beinhaltet die Funktion, dass der Tisch mobil ist, in der Höhe verfahrbar von 700 mm bis 1,55 m. Wenn mein Werkstück auf der ergonomischen Arbeitshöhe ist, dann kann ich mit meinem Spannwinkeln im rechten Winkel das Werkstück festspannen. An unserem multifunktionalen Auslegearm 2020 mit der Gesamtlänge 4 m haben wir Strom, Luft, Starkstrom und Gas vorhanden und können gleichzeitig über dem Schweißgut absaugen. Der Apfel-Vertikal-Lagerschrank bietet eine platzsparende Möglichkeit zur Lagerung Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Durch den beidseitigen Zugriff garantiert er eine unfallfreie Handhabung. Die Werkzeughalter sind im 25 mm Raster verstellbar. Apfel – Betriebseinrichtung, die passt.